Na ja, mache ich ihn jetzt. Puh, Adventskalender. Ah, ich will mal sagen, das könnten wir doch heute mal machen. Licht an. Schwupps. Spot an. Und ab geht die wilde Fahrt. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und dann zu einem, ja, ich sag mal, 7500 Abonnenten-Special mit einem kleinen Gewinnspiel. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Hätte ich nicht gedacht, dass 7500 Abonnenten so lange brauchen, bis ich die zusammen habe. Ach, schön blöd. Ja, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Vielen Dank auch für die tollen Kommentare meistens und die Likes. Natürlich auch die hin und wieder kritischen Kommentare. Das kann ich ganz gut mitleben, muss ich ganz ehrlich sagen. Wer mich kennt, der weiß, dass ich, ja, nicht so viel drauf gebe. Auch beim Angeln ist es ähnlich. Ich sag mal, für meine Dorfangelei hier, da reicht es auf jeden Fall alles, was darüber hinausgeht. Da wird es schon ein bisschen schwieriger. Und genauso ist es halt auch mit vielen Produkten und Sachen. Ich kenne halt nicht alles, aber ich gucke auch tatsächlich YouTube-technisch eher weniger andere Sachen. Ab und zu noch den YPC, aber die ganzen anderen Angel-Turniere als Beispiel gucke ich alles gar nicht. Ich versuche natürlich auch, manche Sachen mir zu merken. Klappt natürlich nicht immer. Das ist wie zu Hause, wenn ich einkaufen gehe und keine Liste dabei habe. Dann kommen auch nur 50% der Sachen, die auf dem Zettel standen. Naja, so ist es halt auch bei meinen Videos und den Ködern. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Und ihr guckt die Videos nicht, um etwas zu lernen, sondern weil ihr euch gut unterhalten fühlt. Und das sollte doch natürlich hier das Wichtige sein. Heute soll es hier natürlich um die Christmas-Box gehen oder die X-Mas-Box von der Firma Better Fishing Box. Ich habe hier schon ein Modell für euch zu stehen. Den Inhalt dieser Box möchte ich euch jetzt natürlich noch nicht zeigen. Es gibt natürlich Leute, die sich die zu Weihnachten schenken lassen oder die die halt verschenken. Ich glaube, das wäre eher was für ein Weihnachtsunboxing. Aber man war hier so freundlich und hat mir hier ein Modell zur Verfügung gestellt für ein Gewinnspiel. Und noch zwei Better Fishing Boxen. Die verlose ich hier auch. Es gibt also, wie gesagt, die Möglichkeit hier drei Sachen zu gewinnen. Also nicht einer drei Sachen, sondern drei Leute je eine Sache, was ihr dafür tun müsst. Da hoffe ich mal, dass ich dann denke, dass ich euch das zum Ende des Videos sage. Erstmal zur Christmas-Box hier noch. Im letzten Jahr hat die 100 Euro gekostet. Kostet sie in diesem Jahr auch. Die Kritiken im letzten Jahr waren, ja, ich sage jetzt mal durchwachsen. Es gab einige, die fanden die sehr gut. Einige waren mit dem Inhalt nicht ganz zufrieden. Ich habe schon mal reingeschaut und ich kann euch sagen, dass die Box hier nochmal eine deutliche Schippe zum Vergleich im letzten Jahr draufgelegt hat. Im Vergleich zum letzten Jahr, so wäre es eigentlich richtig gewesen. Draufgelegt hat. Also von daher sollte man auf jeden Fall mal, wenn man keinen Kalender oder irgendwas bekommen hat oder noch was zum Verschenken sucht. Oder vielleicht auch für sich selbst mal ein Auge drauf werfen. Wir haben hier über 20 Produkte drin. Ich sage hier wie, als ob ich dazugehöre. Naja. Unter anderem Marken wie Diver, Elex, Nace, Western, Shimano, Kaitek, Zek, Rains, Maps. Finde ich sehr geil. Ich hoffe, es ist ein Maps-Spinner drin. Ich weiß nicht, ob ich schon mal irgendwo einen Maps-Spinner drin hatte. 4Street, Gunky, Heart, Monix, Fox Rage, Sakura. Limitierte Sonderfarben, Produktneuheiten sind drin. Es ist kein Terminal Attack enthalten und keine Eigenmarke. Also das klingt schon mal gar nicht mal so verkehrt. Nochmal hier so ein Funfact zum Thema, wie heißt es denn? Maps. Viele scheuen sich davor, Maps-Spinner irgendwo reinzumachen. Also bei solchen Anbietern. Weil Maps die Teile als Klumpen in der Tüte sozusagen verschickt, versendet. Also die sind, wenn ihr auch in den Laden geht, ja immer angehangen an solchen kleinen Baumarktregal-Bummsdings-Dingern da. Die kommen tatsächlich so auch an. Also nicht auf diesen Baumarktdingern, sondern in einer großen Tüte als Knäuel. Und die muss man dann halt entheddern. Und wenn man jetzt natürlich, so wie die Firma Betterfishing Box, jeden Monat 167 Boxen nur verkauft, dann würde das ja sicherlich gehen. Nein, natürlich nicht. Wenn es dann hier in die Tausende geht bei den Boxen, dann hat natürlich keiner Lust, die ganzen Dingern auseinander zu polken. Und deswegen nimmt man da eigentlich eher Abstand von. Wobei ich den halt immer noch als Spinner ziemlich geil finde. Aber ich weiß nicht, was drin ist. Ich weiß auch gar nicht, was Maps noch alles hat. Ich hatte auch schon mal bei Ebay geguckt. Es gibt auch so tolle Maps-Pakete tatsächlich für Hecht, für Forelle, für Barsch. Also über die Landesgrenzen hinaus. Ich weiß nicht, ist das vielleicht eine französische Firma oder eine italienische? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber jedenfalls gibt es da viele Produkte, die man so halt in den Läden hier nicht bekommt. Das wollte ich halt eigentlich damit sagen. Was jetzt genau hier drin ist, kann ich euch jetzt nicht sagen. Ich möchte hier nicht zu viel spoilern. Auf jeden Fall ist die Box randvoll. Und ihr könnt die gewinnen. Wenn ihr mir in die Videobeschreibung, in die Videobeschreibung, in die Kommentare einfach schreibt ein Hashtag. Und dann einfach Christmas. Ich blende es euch auch nochmal ein. Das sollte, denke ich mal, mit den vier Buchstaben und einem Hashtag eigentlich gut machbar sein. Auch für Leute, die nicht so gut schreiben können. Und dann nehmt ihr auch schon an dem Gewinnspiel teil. Welcher ist denn heute? Heute ist der, verdammt nochmal, der zweite. Also, ich würde mal sagen, wir lassen das Gewinnspiel laufen. Quasi bis einen Tag, bevor die neue Box hier online kommt. Also die normale Monats-Better-Fishing-Box. Und solange habt ihr Zeit, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Lasst, wenn ihr möchtet, gerne ein Abo da ist. Aber natürlich keine Pflicht. Überprüfen kann ich es sowieso nicht. Ihr solltet im Idealfall aus Deutschland kommen. Alles, was über die Landesgrenzen hinausgeht, ist echt teuer mit dem Versand. Aber wenn es halt so ist, dann mache ich es trotzdem und versende. Ganz genau. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Glück. Habe ich alles gesagt. Ja, genau. 100 Euro kostet die Box. Wenn ihr Bock habt, bestellt euch einen Link. Findet ihr unten in der Videobeschreibung. Versand ist ab dem 15. Wenn ich nicht ganz irre. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen zweiten Tag. Advent heute. Geht schön Kaffee trinken. Oder spazieren. Ne, spazieren. Ja, na doch. Spazieren kann man auch mal gehen. Und habt einen schönen Sonntag. Und dann würde ich mal sagen, macht's gut. Bis dann. Euer Lemmy.